Halli Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu The Higher Lower Game. Eine Internetseite, die, naja, ich denke mal, ich kann es hier ganz kurz rauslesen. Simply decide which search term has been searched for the most by selecting higher or lower. The objective is to get the most right in a row. Also hier steht es auch, which gets googled more. Und ich denke mal, jeder von euch sollte wenigstens ein wenig Englischsprachkenntnisse haben. Das heißt, jeder weiß bestimmt auch, was er machen soll. Wer es vielleicht immer noch nicht gecheckt hat, gut, der sollte sich vielleicht mal im Garten vergraben gehen. Aber das ist eine andere Sache. Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, das erklärt sich auch von selbst. Ja, ich mache einfach mal Play Game. Also, Stone Edge. 550.000 average monthly searches. Und gegen Malcolm X. Who the fuck is that? Ich denke einfach mal lower. Was? Na, das fängt ja schon mal großartig an. Geil. Wow. Ja, we are pretty embarrassed for you right now. Pink Floyd. Oder Miley Cyrus. Ich gehe mit Miley Cyrus. Also, bitte. Miley Cyrus hat doch bestimmt mehr. Ja, ich wollte schon sagen. Hallo. So, jetzt haben wir schon mal eins hier geschafft. Und jetzt müssen wir halt gucken. Miley Cyrus gegen Dating Websites. Dating Websites hat weniger. Komm. Ja, hundertprozentig. Äh. Miley Cyrus kommt damit weiter. Refugee Crisis. Also, die Flüchtlingskrise hat mehr. Muss. Das ist doch... Was ist Anorexia? Anorexia nervosa. Das ist eine Magersucht. Oder... Achso, das ist die Magersucht. Ja, so Magersucht muss höher sein. Ja, wenn es Magersucht ist, muss es höher sein. Free Bats. Ich frage mich eigentlich gerade, wieso ist im Hintergrund kein Bild? Ach ja, meine schlechte Internetleitung. Anorexia oder Free Bats? Free Bats. Also, freie Wetten. Wetten. Abgeben. Wetten. Scheiße, Mann. Was machen wir denn? Lower oder Higher? Ach, du Scheiße. Lower? Oh. Mein Ziel ist es, 10 zu erreichen. Gut, das habe ich auch erzählt, ähm, bei Google Feud. Und ich habe ja vorher aufgehört, aber hier mache ich 10. Driving Lessons hat höher, bitte. Ich wollte schon sagen, das ist also Driving Lessons. Adolf Hitler, sowas von höher. Adolf Hitler gegen Driving Lessons. Faith Healing. Ne. Niemals. Haha, wollte schon sagen. 2100, da brauchst du... Racism. Das, also ich bitte euch, das hat ja hundertprozentig higher als Faith Healing. Oh, der Saturn oder Racism? Ich bin der Meinung, dass Saturn sowas, ich sag jetzt mal, es ist irgend so ein random Planet. Ich denke nicht, dass das so oft, also... Was? Ich wollte die 10 haben. Och, Mann, das lief so gut. Amazon Rainforest gegen Loneliness. Nein. Es muss höher sein. What the fuck? Ich dachte gerade, er stand bei 2 Millionen. Eminem hat sowas von höher. Sowas von meiner Freunde. Eminem ist mega. Santorini? Das ist eine Map bei CSGO. Die muss weniger haben. Das ist eine Map bei CSGO. Die muss weniger haben. Bitte. Kuckucksklan. Der muss mehr haben, bitte. Enttäuscht mich nicht. Ich wollte schon sagen, Martin Luther King hatte, ja, geschichtlich, ähm, prestigetüchtiger. Was? Martin Luther King verliert gegen dem Kuckucksklan. Gegen Kuckucksklan. Wie kann Martin Luther... Ach, ist ja auch egal. Gogen Gate Bridge gegen Ama... Fuck, was hat der Amazon Rainforest gerade gehabt? Ich glaube, weniger. Ja. Ja. Ah, es ist aber sowas von höher. Also, ich bitte euch, das muss ja... Jennifer Lawrence hat weniger. Hat weniger. Miley Cyrus, die hat... Die hat mehr als Miley Cyrus. Online-Poker hat auf jeden Fall weniger. Bitte. Ich... Ich wollte schon sagen. LeBron James hat mehr. 100%ig. Vor allem wegen den ganzen Werbeverträgen. Und, äh... Naja, ist halt ziemlich berühmt, was, äh... Basketball angeht. Bill Gates hat 100%ig mehr. Was? Alter, wenn ich meine Eltern frage, wer ist LeBron James? Alter, die werden sich... Die werden sich vor den Kopf, wenn sie mir einen Vogel zeigen, werden so sagen, welchen Pounds da willst du denn da aufsetzen? Wenn ich dem von Bill Gates erzähle, dann sagen sie so, ja, von denen hast du die ganze Zeit was in den Nachrichten. Willst du mich verarschen? Black Donald Trump, ich bitte dich. Der muss ja wohl also richtig abgehen, was das angeht. Lung Cancer hat weniger. 100%. So, so Krankheitssachen werden nicht so oft gesucht, wie zu... Zum Beispiel solche berühmten Personen, die irgendwie scheiße bauen. Ha, Donald Trump. Ähm, Madden. Das Spiel. Das hat weniger, bitte. Oh, was? Madden gewinnt gegen Krebs. Poverty gegen LeBron. LeBron James hat ja mehr. Das habe ich von vorhin gerade also noch. Election Results. Oh, Wahlergebnisse oder LeBron James. Vor allem jetzt mit Großbritannien. Ich glaube, das hat mehr. Aber Average Monthly Surges. Ach Gottchen. Mein Gott, ich bin schlecht in diesem Spiel. Homophobia Starbucks hat mehr. Sowas von. Sowas von. Bradley Cooper. Den Typen kenne ich noch nicht mal. Wer ist Bradley Cooper? Er ist Bradley Cooper. Ein Schauspieler. Aha. Toll. Schön. Das ist ja toll. Weniger. Was? Wie? Wie oft wurde der gesucht? Easter Island hat weniger als das, bitte. Easter Island, alter. Wer googelt denn bitte danach? Paul McCartney. Ist das nicht Kevin allein zu Hause? Oh. Wer war... Wie hieß denn der Kevin allein zu Hause? Zu... Ja, zu Hause dann halt. Oder zu Hause wird auseinandergeschrieben. Ähm... Oh. Kevin McAllister. Der heißt der in dem Film. Und der heißt... Wie war das jetzt nochmal? Wie heißt der? Ach du Scheiße. Ich hab also... Oh. Das war also Paul McCartney war nicht der, den ich gesucht habe. Aber ich denke mal, der hat mehr. Ich kenne nämlich Paul McCartney. Ich hab auf jeden Fall schon öfter mal was von ihm gehört. Nein. Nein. Niemals. Bitte. Bitte nicht. Discrimination gegen Shia Seeds. Ja, ja. Bitte. Was? Also Menschheit. Das enttäuscht mich jetzt ziemlich. Das Diskrimination... Also... Also... Leute. Äh, bitte. Hallo. FIFA 16 gegen Broad. Ja, das ist doch klar. Das... Das muss ich ja... Das ist ja wohl. Bitte. Muslim muss mehr haben. Ähm... Auch wenn ich Religion hasse, aber das... Ich bitte euch, das kennt jeder. Aaron Schwarz... Diese ganzen Menschen, die ich nicht kenne. Aaron Schwarz. Wer zur Hölle ist das? Das ist ein Programmierer, Autor und Hacktivist. 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 Davon habe ich noch nie was gehört. Äh... Weniger? Ja, okay. Ich kenne diesen Aaron Schwarz nicht. E-Zigaretten muss doch mehr haben. Nein, nee. Das glaube ich gar nicht. Wollte gerade sagen, das glaube ich nicht mal. Child Marriage hat mehr. Was? Aber das ging doch erst vor kurzem wieder durch die Nachrichten. Da wurde doch so ein 14-Jähriger... Ach, das ist doch jetzt nicht... The Matrix. Ja, Tiger Woods, bitte. Der muss ja wohl mehr haben. Tiger Woods, den sollte jeder ja eigentlich kennen als Sportler. Justin Timberlake hat aber noch mehr. Ich bin so kacke in diesem Spiel. Alkohol gegen Stanley. Wer ist dieser Stanley? Wer sind diese ganzen Menschen? Regisseur, Produzent... Was? Nein. Nein, bestimmt nicht, oder? Och, Alter. Das war auch relativ knapp. Call of Duty hat mehr. Millionen Mal, bitte. Solar System. Das... Nein, das hat weniger. Bitte. Wer interessiert sich denn, äh... So übergooglen damit? Alcoholics Anonymous. Ist das irgendeine Gruppe oder was? Anonyme Alkoholiker. Non-Profit-Organisation. Vereinigten Staaten... Nein, niemals. Niemals. Wer kennt die bitte? Wer kennt die bitte schon? Aber hat 100% nicht mehr. Ja, muss. iPhone 7. Ja, bei der heutigen Generation wird das viel öfter gesucht. Ja, das... Ja, das war so klar. 5 Millionen, das ist schon peinlich. Touch mal dabei weniger. Es ist was Kulturelles. Es wird nicht so oft gegoogelt wie sowas. K-Insurance. Lower sowas von. Bitte. Was? Wer googelt denn K-Insurance? Chanel gegen Hair Transplant. Weniger. Haartransplantation. Alter, wer so googelt sowas? Ben Affleck. Den kenn ich sogar. Hey, der hat mehr. Den kenn ich wenigstens. Peppa Pig. Ach, dieses, ähm, pinke Schwein da. Hat auf jeden Fall mehr. Ja, das war klar. Wer kennt Peppa Pig nicht? Leute. Wirklich. 11 Millionen wundert mich gar nicht. Wer kennt Peppa Pig nicht? Guckt euch den an. Peppa Woods. Den muss man kennen. Muss man kennen. So. Kokain hat weniger. Peppa Pig, äh, dominiert alles. FIFA 16 hat mehr. Hab ich ja vorhin noch gesehen gehabt. 4 Millionen, genau. Car Rental. Weniger als FIFA. 100%ig. Bitte euch. Als ob das mehr gesucht wird als FIFA. Hallo? Neuernden Generation. Nelson Mandela. Vor allem nach seinem Tod. Wird viel öfter gesucht. Viel öfter. Boah, alter. Viel öfter war wohl ein bisschen übertrieben. Weight Loss. Naja, bei der heutigen Generation müssen wir auf Haya klicken. Vor allem, weil es Englisch ist und die ganzen Amerikaner ja ein bisschen fülliger sind. Äh, äh, lower. Äh, French Bulldog. Oh, das ist schwer. Oh, ich glaub Haya. Oh, ho, ho. Oh Gott. Bulldogge muss mehr gesucht werden. Oh. Ich hab die 10. Was ist Liposuction? Kenn ich nicht. Also lower. Oh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich in a row. Personal Assistant, lower. Ja. Ich bin in a row. Jetzt bin ich aber richtig was. ADHD, Haya. Sowas von. Oh Gott. Oh Gott. Doctor Who, Haya. Haya. Jeder aus meinem Bekanntenkreis guckt das. Weiß ich nicht. Pokémon, sowas von Haya. Mehr als Doctor Who, kann ich euch sagen. 5 Millionen. Mental Health. Lower. Nichts besiegt Pokémon. 16 Punkte. Human Trafficking. Lower, weil es nicht so bescheuert anhört. Oh, ho, ho, ho. Best diet, slower. Oh, 18. Vegetarian, Haya. Sowas von Haya. Haya. Jawohl, Ski. 19. Boah, Wanderous. Scheiße. Haya. Nein. Nein. Egal. You're in the top 10% of players. Shared on social. Nein, brauche ich gar nicht, weil ich das auf YouTube habe. So, das war mein Ziel. Fast das Doppelte sogar gemacht. Geil, nice. Macht Spaß. Spielt das mal selber. Weil ich finde, das macht ziemlich viel Spaß. Und ja, wie gesagt, probiert es selber aus. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Ziemlich interessant, was für eine Frau da hinten im Hintergrund ist. Äh, naja, gut. Ich würde da mal sagen, schreibt mir in die Kommentare, was euer Highscore war. Wenn ihr es irgendwie schafft, ein Beweisbild da mit dran zu klatschen, wäre das natürlich noch viel cooler. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, Kostiankowski. Hab noch einen schönen Tag und bye-bye.